Hallo Leute, willkommen zu Super Smash Brothers Brawl Folge, keine Ahnung. Heute haben wir eine kleine Regeländerung vorgenommen und zwar der Verlierer kriegt eine Backpfeife. So eine richtige. So eine richtige, richtig mit Schmack ist. Das heißt, schreibt jetzt in die Kommentare, wer gewinnt, ich oder Cengiz. Erstmal den Matchdown. Ach ja, genau. Ihr habt vorgeschlagen Pit gegen Meta Knight, weil das unsere Mains sind. Ne? Ich bin Pit. Duell der Giants. Was wird jetzt das Duell der C8.000? Der Verlierer kriegt eine Backpfeife. Warte. Ne, das ist ganz klassisch. Normalen Meta Knight gegen normalen Pit. Was kommt das? Oh, scheiße. Ich glaube, ich verliere aber. Was kommt das für das Duell? Das ist sehr traurig. Zählt mit? Drei, zwei, eins, los! Oh, meine. Scheiße. Scheiße. Da kriegst du eine Backpfeife. Ja. Er hat nichts gemacht. Er macht ja noch nichts mehr. Oh. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Oh mein Gott! Ja, hoi! Nein! Au! Oh mein Gott! Nein! 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 Fuck! Fuck! Oh! Fuck! Jo Leute, in der Gesamtstatistik steht es jetzt 2 zu 2. Und, äh... Ja, ich hab ja diesmal gewonnen. Und André muss die Backpfe... Backpfe abbekommen. Und, ja, sollen wir gleich anfangen, oder was? Nee. Ja, was? Ja, los! Ja, okay! Mit welcher willst du? Mit der rechten Wichste immer. Ja, genau. Ja, da will ich... Ja, los! Ich blend das im Zeitpunkt nochmal ein. Leute! Zähl an! Mann, los jetzt! 3, 2, 1... Das war ja nichts! Ja, gut! Was? Als ob ich ihn jetzt richtig verpasse! Mann, ja! Soll ich richtig machen? Mann, ja! Ja! Verlierer muss bestraft werden! Ja, okay! Fahr los! Ja, ja! 3, 2, 1... Ja! Okay, nächstes Mal verliert Cengiz! Ja! Und ihr müsst reinschreiben, wen wir nehmen sollt und was für Strafen wir nehmen! Äh! Machen sollen! Ciao!